können wir mal direkt loslegen ja mit der nächsten runde läuft gut okay ab geht's was denkst du was einfach mal ich will spannend haben ich will zwei ich will auch unbedingt das ist die ja das ist wirklich eine richtig geile und es macht mega spaß auch jetzt gerade du bist ja dabei das macht gerade richtig laune hier zu kommentieren und das soll einfach ja jetzt in die verlängerung gehen ja bin ich ganz genau deine meinung so wir haben wieder das gleiche set up wahrscheinlich nur links haben wir ja genau links team ks und rechts so ich würde sagen wir gehen direkt einfach mal rein weil du sagst es selber domination ist jetzt nicht so das wurde ja so dermaßen erfahren wir ja nun mal und direkt mal frei bild bei wem ist und wasser bei barter wird man direkt mal bei den rein und gucken ob da die stimmung auf dem höhepunkt ist habe ich habe ich noch okay die sparen zigeuner 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 so was ist das zigeunerhaus ich schätze einfach mal dass das haus ich nenne das holzhaus dieses baumhaus ich hätte das hier fast schon zigeunerhaus genannt das ist tapete hier nicht tapete teppich so so schwer zu sehen man muss natürlich halt versuchen solange es geht auch auch dominiert jetzt geht es natürlich was man aber schon merkt die callout sind eigentlich die leiten also das teppich beim einen team als auch beim anderen team also die jungs da ist man wirklich in einem slang holt die dicken geschützte raus lmg mit zermal also auch gerade mit der ist natürlich auch was was nettes na ja so da wurde er auch den nächsten leckheim schon wieder mit seinen streaks jungs kommt es passt euch furcht euch in zwei über teppich von der weg wie kann jesse bei der holen da wer war das doch wie kann jesse bei der die halten die b flagge und ja das mal rüberschalten zu black time ja dann wird ja ordentlich ab und ich ja hatte ich vorher eine noch eine noch abgelaufen habe ich 18 kann ich mich schon bei sich hat noch nicht mehr die spielte haben sich gerade drei gegen vier ja aber da merkt man wirklich scheiß auf den einen scheiß auf den kill so gesehen ja genau ja so der hat seine zwei zwei captures ja und ja jeder redet mit der schulung von 21 1 soweit ich weiß ist das wirklich super stark ich weiß es nicht genau vom punkt des system ist glaube ich alle fünf sekunden kriegen die kommt natürlich darauf an wie viele fahren die haben aber jetzt zum beispiel team baster kriegt ja alle fünf sekunden zwei punkte ist das richtig und das natürlich auch krass und wir haben natürlich jetzt jede führung 27 punkte ja das wird natürlich eine harte nuss jetzt für team ks da auch wieder reinzukommen und erst kohleone und rasiert dann noch den früh ja so scheitbar rein zum team ks ich glaube der kohleone geht abkommt schon ich rotiere auf zehn mal mehr mal da wird jetzt gar nicht gemeckert ich glaube das wird zur halbzeit da gehen wir mal rüber gehen wir jetzt noch mal bei bass rein okay dann kommen wir uns zur halbzeit hören wir uns mal an was der kohleone zu sagen hat zur leitung das ist ja so gute punkte jetzt natürlich ja zwei punkte eine hände jack so ich wirf jetzt mal zu kohleone zur halbzeit kommt schon immer alleine auf der flagge jedes mal ich sehe euch doch dann seid ihr aber schon immer tot links und rechts neben mir dann warte noch dann ich bin doch immer schon auf der flagge drauf und dann sterbt ihr mein gott alter guck doch wie viel ich eine viel ich verteidige man 100 pro alle streaks nicht aufgeben nicht aufgeben kommen ist sogar löser digger zu krass nicht sogar hat hat eine europäische das ist auch die maschine das ist eine kleine tür da ja auch schon mal rausgefunden drei kills leute alter er geht einfach so rein sechs und fliege alle brüchen da haben die stammt hallo warum sagt er nicht aus der fahne die minimale für kurz wo seine wo seine team jetzt in pharo auch drei kills sehr schön gemacht und jetzt der schlüssel ist natürlich jetzt team team ks die müssen das jetzt halten ja jetzt aber die killstreaks da ist jetzt natürlich der punkt womit man ja punkte holen kann ja was richtig die killstreaks raus und ja jetzt hat team jack haben halten immer noch die fahne ist eine frage wie dann können sie jetzt die fahne noch halten ja wenn sie die fahne halten dann geht die runde und ks freak und jack das wollen wir uns jetzt mal wie es bei denen abgeht also die positive energie kommt auf jeden fall von jack da merkt man auch die erfahrung von jack hat schon mehrere jahre auf dem bücken und weiß das ist noch nicht verloren die haben jetzt verloren das ist natürlich nicht ja erst bei ja ja und kommt das b alles gesichert a und c jetzt ich muss hier richtig schwer wenn die zerstörung einer der guten spieler von dem team einer der was weg und dann geht nach c warum ja also wo man eher sagen müsste okay in koalione der dann mal ein bisschen von hinten machen würde so würde ich jetzt denken oder ja absolut oh mein gott also 2 minuten zeit das ist die differenz die müssen die die müssen sogar glaube ich für den triple cap auch pushen ansonsten wird das nichts ja jetzt geht schon wieder einer nach zählen durch weiß jetzt nicht wer es ist alle alle rennen jetzt auf b alle gehen auf b drauf mit allen mann ja und reicht es nähe sieht nicht so sehr sehr knapp also müssen jetzt in den triple cap holen das ansonsten haben die keine chance wieder zurück zu haben wir noch mal bei barca rein da wird vielleicht ein kleck time schaut euch einfach bitte diese statistik an ja mal black time er spielt so als ob er gerade gegen was ich nicht irgendwie parteiisch werden oder sowas können mir vorstellen dass er auch eine karriere im mlg bereich vielleicht einnehmen wird also echt wirklich starke leistung ja wobei man muss sagen das ist jetzt erstmal das halbfinale da geht es natürlich noch ein bisschen krasser natürlich natürlich absolut also es ist natürlich von allen teams das erste spiel jetzt diese woche und wir kriegen erstmal vorgeschmack was da möglich was überhaupt genau was überhaupt so da auch mal die frage an euch zuschauer weil hier wird glaube ich nichts mehr anbrennen ja das war es also der drops ist hier gelutscht kann man sagen ja wie findet ihr wie findet ihr es merkt ihr sagt ja jetzt scheiß auf die kd wobei hier kann man schon sagen ich meine 57 19 50 15 also das ist schon eine annonce kann man sagen auch an die anderen mannschaften ja was die beiden hier abspielen da ist jetzt die frage wie denkt ihr darüber sagt ihr genau das habe ich geworfen oder sagt ihr ja so ein 200 plus gameplay ist ja auch mal nicht schlecht wie findet ihr das ganze also so kompetitive schreibt uns mal eure meinung über twitter dass wir jetzt gleich drauf eingehen können wir gehen jetzt mal in das gewinnerteam runter denn da wird jetzt richtig laut freunders wer sind die man 60er Bonds Ja 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 Nein Ja So, einen wunderschönen guten Tag Sag mal, ich bin so schwitz, Alter Wied Wie fühlt ihr euch gerade? Hammer richtig wisst ihr was am 31 7 um 20 also erstmal herzlichen glückwunsch es war wirklich viel richtig geile unterhaltsame runden hat wirklich mega bock gemacht euch zuzuhören durch zuzuschauen wirklich mega unterhaltsam es sind ja auch ein paar lobshymnen gesungen worden und ja am 31 7 geht es für euch entweder gegen team elotrix oder gegen das team two epic buddies wen würdet ihr euch wünschen den wünschen wir uns den kasten wünschen den kasten also um den größeren namen zu zerstören oder wieso nein ich werde gespannt wie er denn spielen wenn es um sie geht ok wie er den hat geschnürt und so weiter auch ein super sympathisches team also ich korrekte jungs also mir ist eigentlich egal gegen wir spielen für uns ist wichtig hier rauszuhauen weil ich glaube im stream es ist wahrscheinlich eins der top drei oder top vier teams gewesen für uns war das heute nicht nur ein vierter finale sondern auch gleichzeitig ein halbfinale das war extrem wichtig einfach sage ich nochmal haben die sich extrem gut vorbereitet war einfach besser in essen was wo ihr eigentlich gesagt habt dass eure stärke wir waren gut in vorbereitungen wir sind halt in jedem modus so ein bisschen gut wir sind nicht überall überragend oder so oder im modus mega schlecht wir haben überall unsere stärken aber unsere schwächen so kann man sagen aber ich sage auch ganz ehrlich heute hat die tagesform entschieden wir haben besten tag erwischt wir treffen uns gleich noch bei einer gemeinsamen gruppe einmal noch eine kurze frage was ist euch aufgefallen wo ihr jetzt ich sag mal bis zum 31.7 noch nachholbedarf hat wo wollt ihr noch euch verbessern ist es suchen und zerstören wo ich mir darauf vorbereiten ja ich glaube ich schon als stören auf jeden fall ja haben mehr taktiken oder so das ist eigentlich alles gut geklappt ich meine seite in den und den situationen richtig reagieren wenn man die bombe dauernd ist dass man jetzt nicht irgendwie überhastet spielt und so weiter und auf jeden fall auch bisschen noch konstanter in hardpoint das war auch noch mal extrem spannend also hätten wir das da aus der hand gegeben hätte ich meine hände aufgefressen habt ihr noch ein paar letzte worte auch für die zuschauer also pass auf wir machen das so ich werde jetzt in das andere team gehen werde die noch mal kurz interviewen und dann werde ich dich an schnupsen barca und dann kommt ihr bitte in den gleichen channel rein dass wir euch noch mal gemeinsam haben alles klar super also könnt ihr jetzt noch mal ein bisschen party machen ich war in topform ich war wirklich in topform ja merkwürdige was wir machen waren die leute die 24 7 zocken und kein real life haben so manche das ding ist bei mir glaubt keiner dass ich wirklich ein call of duty channel noch bin ich glaube wir haben die letzten drei tage drei vier tage so durch gedreht einfach und dann einfach so was so die haben ja auch gespielt war sehr knapp jetzt auf jeden fall ficken egal ob es wieder ist oder nicht mega kurz wie drei gedrückt in die fraz also ganz besser gespielt erst mal an euch es waren mega unterhaltsame runden auch wenn ihr jetzt hier leider verloren habt wir haben alles gegeben einfach wirklich alles ja ich habe ein fahrrad wir haben ein fahrrad sonst wird ich dich und man kann so reden wir willst also erst mal an euch ihr richtig geil gespielt ihr habt den zuschauern vier richtig geile unterhaltsame runden wir hätten uns eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen auch eine fünfte runde noch gewünscht war ja wirklich heute richtig geil war es hat mega spaß gemacht es war ziemlich entschuldigung neukölln berlin es gab mir richtig ist das bei dir zu hause ich wohne hier direkt in neukölln das ist hier ganz normal hier ist nicht so offen wie auf dem dorf wo man 24 7 zocken muss und kein real life hat corleone ja okay ich sag nichts mehr entschuldigung nein aber es gehört auch ein bisschen respekt dazu ist doch stil zum beispiel hat auch richtig gut gespielt die anderen auch richtig gut da war das soll man ja und ich meine wer halt lange zockt der kann halt gewinnen ich kann mit meiner stunde spielerfahrung hier nicht mithalten wir haben echt alles gegeben mal alles und ich halte sehr ehrgeizig was auch nicht okay ich hole die jetzt aber mal hoch aber bevor hier irgendwelche beleidigungen nein quatsch nein das ist doch keine beleidigung doch uns doch unsportlich dann hole ich die mal richtig heftig die jungs der war richtig heftig der war richtig heftig digger der quadfeed digger so die jungs und mädchen ja auch alle die jungs ohne spaß war ich spannend alter ich hab's nicht gespielt in snd sehr gut in snd auch ohne spaß man ganz ehrlich snd habt ihr richtig rasiert wir wussten gar nicht wohin alter ich hatte streaks und ich wusste nicht was wir machen sollen mit dem einfach nur krass gut gespielt stellung war einfach ja richtig knapp ja es ist mich hat mich hat capture the flag abgefragt ich konnte meine posi hat kaum halten so deswegen ich wurde immer überrannt in meiner posi so jedes mal blackt halt immer ich wurde so weggegangen die artpoint runde hat er gezeigt man darf nicht aufgeben ihr habt nicht aufgegeben wir waren ein bisschen überheblich dann nach 80 punkten vorsprung dann war es also echt ja wir haben alles gegeben bis zum schluss einfach aber ihr habt einfach dominiert kann man nichts kann man nicht ändern kann man nichts machen ja aber ohne scheiß also ich kann wirklich nur noch mal sagen es waren mega unterhaltsame runden auch für die zuschauer der krasser geht es nicht alter die ja es ist eine fünfte runde gekommen die leute wenn ich was dazu sagen möchte dass ich hier die tagesform entschieden habe ja auch jeden tag ich habe schon ein bisschen so genau dass wir haben wir haben nicht zum beispiel hat heute durch den schlechten tag gehabt und dass das so was entscheidet doch aber ich kann nur sagen es hat uns auch mega spaß gemacht zu kommentieren das waren geile aktionen dabei vor allen dingen jetzt konnte ich mich auch mal vielleicht lass dich überraschen ab heute kein kein crd video mehr auf meinem kanal ja ich habe auch überlegt dass ich jetzt minecraft spiele so mit das ding ist gestern kerstin ist in der übrigen bros wir haben noch liga gespielt wir hatten beide fast das gleiche aim und heute manchmal erwischt man schlechten tag das war auch meine größte angst ich dachte richtig auch scheiße wenn ich jetzt einen tag erwische aber was man auch sagen kann ja was man auch sagen kann ich schwöre ich habe null leitung gehabt ich habe glaube ich sechs hilf ja das ist so ihr habt mich angeguckt ich bin umgefallen einfach ich hätte nie ich ich mecker nie über leitung oder sonst was aber ohne witz ich wohne hier in österreich habe eine fucking 150.000 150k leitung glasfaser leute glasfaser 60 euro im monat nur für die fucking leitung und ich habe keine leitung gehabt dieses spiel da ist halt das problem du kannst es halt außer du machst es halt lang mäßig und das ist halt da du es gerade schon gesagt hat da du in österreich wohnen ist es halt schon ziemlich schwierig das alles vernünftig hinzukriegen weil finde man tag wo alle jetzt zeit hätten sich irgendwo zusammen zu treffen um dann zu zocken das macht das ganze noch ein bisschen schwieriger aber ich gehe jetzt noch mal ein bisschen auf die kommentare ein die wir hier gefunden haben wasser und deckt haben im carry mode von undercover weiß dann was also jeder spielt seine rolle floh und ich haben er waren eher auf kills ausgelegt ja die haben wissen dann geht es bei mir auch die ganze zeit die objektiv rolle so aber blue habe ich halt wirklich hart hart verkackt also jordan mit der jordan lieben schreibt es mehr